Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. Das ist unser letztes Gruppenspiel gegen den Sturm Graz. 1 zu 0 für 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 Sturm Graz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020